Hallöchen und willkommen oder willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute schauen wir uns nochmal Gabriel Henrique an mit dem Erstsong von MJ im Original. Und das ist ein wundervoller Song. Habe ich schon als Kind geliebt, liebe ich immer noch. Und ich bin sehr gespannt, wie Gabriel das hier macht. Ja, let's go. Ja, let's go. Ja, let's go. Ja, let's go. Oh, 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 oh. I used to dream. I used to place beyond the stars. Now I don't know where we are. er ist sehr beeindruckend einfach er kann tief sehen er kann unfassbar hoch singen muskel singing habt ihr glaube ich gesagt heißt das ja das ist ich hatte mal also hier in deutschland bei irgendeiner casting show gab es mal jemanden der war niemals im stimmbruch und er konnte auch unfassbar hoch singen dadurch dass er eben nie im stimmbruch war ich weiß nicht ob das bei gabriel auch der fall ist oder das einfach antrainiert ist oder eine gabe gottes ich weiß es nicht ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020